Yeah! Willkommen zurück zu GTA 4 im Let's Play! Jetzt geht's weiter durch Liberty City! Ja, in der letzten Folge gab's leider ein Soundproblem. So sind die letzten Minuten unserer epischen Schlacht durch den Straßenzug der Metropole ja, nicht ganz übernommen worden von YouTube, was ich ein bisschen blöd finde. Ich hab jetzt mal die Details selber angeguckt, also das Video im Originalformat und da war kein Problem, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber ihr kennt ja, YouTube ist manchmal eine blöde SCH-Lampe. So, ich hab vergessen mal wieder zu speichern vom letzten Abenteuer, das ist natürlich ziemlich blöd. Das müssen wir jetzt mal machen und natürlich möchte ich jetzt auch mal hier den Kontrast anpassen. Ich hab ja in den Kommentaren gelesen, dass welche geschrieben haben, oh, ich krieg da Augenkrebs von und meine Augen gehen kaputt und meine Mutter ist traurig dann. So, einmal hier rum, Mr. Bellic. Wir müssen uns natürlich erstmal wieder umziehen. Ich sag ja, ich hab noch nicht gespeichert. Aber sobald das getan ist, werden wir heute mal ein bisschen die Stadt angucken und zwar aus der Luft mit einem Hubschrauber und ich hab euch in der letzten Folge übrigens drum gebeten, dass ihr mir in die Kommentare mal schreibt, auf mafuyu.de am besten mit Link, welche Mods ich denn mal testen soll und da sind bis jetzt schon 2-3 Vorschläge eingegangen. Ihr könnt natürlich euch kreativ ausleben und die besten Mods raussuchen. Ich bin natürlich am Start und werde mir das Ganze angucken. Wie gesagt, mit Link ist immer am besten. So. Und auch Mods, die jetzt nicht so das Spiel so krass beeinflussen, sondern, also zum Negativen, sondern die auch hilfreich sind. Das wäre natürlich alles super duper. Okay. Den Anzug hatten wir letztens an. Jetzt muss mir heute was Neues sein. Ne, haben wir heute mal Suit Day. So. Hoho. Da sehen wir doch direkt mal ein bisschen eleganter aus. Hauen wir mal ab. Yep. Also ich kann mir nicht erklären, warum das jetzt so krass hell ist. Jetzt hier natürlich nicht. Aber die Straße. Das ist schon heftig. Aber wie gesagt, das ist der Ice Handser, der Grafikmod. Also ich finde ihn jetzt auch nicht so schlimm. Mich stört es jetzt gerade nicht. Es gibt Schlimmeres. Und es sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Vielleicht muss man mal ein bisschen an den Dateien rumfuchteln, wenn jemand eine Idee hat. Auch hier gerne in die Kommentare. Aber das ist natürlich jetzt nicht so tragisch. Gibt Schlimmeres. So. Was ich noch sagen wollte, ist, dass ich natürlich auch Autos mal gerne testen wollen würde. Also wir haben bis jetzt nur den Porsche und das neue Taxi gesehen. Und den Kopf, den Polizeiwagen. Und wenn ihr nämlich Ideen habt, Trains ist hier runter. Wenn ihr Ideen habt, immer schön in die Kommentare. Ich bin dafür alles offen. So. Wir fahren jetzt heute mal mit der Metro. Der Subway. Brauchen wir jetzt natürlich kein Ticket. Wir sind natürlich ein Mr. Bellic schlechthin. Der ja kein Ticket braucht. So. Was geht ab, Leute? So. Der Zuggüt. Wie man in Köln sagt. Der Zuggüt. Aber von der anderen Seite. Ach, da kommt auch unser. Ja, warte mal. Ich möchte mir mal ganz kurz angucken, warum es denn hier so hell ist. Hm. Das ist ja alles hier runtergestellt. Ihr seht, die Grafikeinstellungen sind ziemlich niedrig. Mit dem Grafikmod. Der ist auch schon richtig krass. Der braucht voll die Power. Und, ähm, ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Das müsste man gegebenenfalls dann mal in der Datei selber ändern. Müsste ich mir mal angucken. Aber das ist jetzt halb so wild. So. Dann steigen wir mal mit dem Zug ein. Oh Gott, die U-Bahn können die auch mal sauber machen. Das ist der A-Train. Der nächste Stopp ist Manganese East Station. Los geht's. Der Train ist auf Manganese East Station. Nico sitzt da drin, ganz alleine. Ach, ne, mit der alten Dame da hinten. Oder, ja, alte Dame. Wir fahren noch eine Station. Bei Burgershot gibt's gerade The Bleeder. Na, die alte Dame ist jetzt ausgestiegen. Und los geht's. Oh, da haben Obdachlose unten gehaust. Habt ihr das gesehen? So, wir kommen an der nächsten Station an. Hier, verlassen wir mal den Zug. Ah, ne, wir fahren jetzt über die Brücke. Ach so, ach so. Können wir mal vielleicht ein bisschen hier was sehen? Ne. Ist ja blöd, dass man hier nicht umschalten kann. Ja. Da ist das wunderschöne Liberty City. Gucken wir mal auf die andere Seite. Ja. Hubschrauber flattert hier drüber. Nico ist noch schön in seinem Element. Der pennt da vor sich hin im Zug. So, da kommt auch schon jetzt der nächste Stop. Linie 8 fahren wir. Gerade war es noch der A-Train. Dann der Autobahn vorbei. So, meine Damen und Herren, der next Stop ist da. So. Ihr merkt immer, es lädt alles immer nach, ne? Ich glaube, das liegt an meiner Grafik an Einstellung. Das habe ich auch bei anderen Spielen. So, aussteigen, Mr. Bellic. Hey there! What's up, guys? So, dann gucken wir mal, wo wir jetzt gelandet sind. Oh, mitten. Nicht im Ortskern. Schön. Aber im Stadtteil hier eigentlich ganz zentral. So, laufen wir mal ein bisschen hier runter. Hüpfen mal hier über den... WUH! Ach, du Scheiße, direkt in die Tonne. Ja, ähm, heute machen wir mal was Lustiges. Ich habe ja gesagt, wir wollen uns die Stadt mal ein bisschen von der Omband gucken. Dann muss ich mal ganz kurz gucken, wo der Helipot ist. Und zwar, und zwar, und zwar. Der war doch... Der, ist das hier der? Ne, das ist Spolending. Oh Gott, wo war denn das? Wo waren denn die ganzen Hubschrauber? Waren die... Waren die hier? Ne, hier. Ach, das ist ja auch ein Symbol. Dann müssen wir jetzt da mal hindriven. Dazu brauchen wir natürlich erstmal eine Karre. Indriven. Du. Ach, guck mal da oben, da steht ja hier so ein... So ein Jeep. Oh ne, komm, komm! Ich kaufe ihn dir ab! Ah, nehmen wir den hier. Aus da! Auf geht's! Vorsicht, Leute, Vorsicht! Ego-Perspektive. Ach, scheiße, ich hätte da drauf gemusst. Mitten einfach auf die Straße drehen. Warum denn nicht? Auf geht's! Ach, wir sind gerade unter der Brücke hergefahren. Mit Vollspeed hier über die Brücke. Yes! Oh, 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 oh! Ah, geil, ein Polizeiwagen gerammt. Und noch einen. Und mal eben schön überschlagen, aber die Polizei werden wir los, Freunde. Die werden wir los. Hier ist ein Unfall passiert. Ich habe übrigens die Version 1.3 vom Ice-Handser noch. Ich muss mal die neueste herunterladen. Die sieht natürlich bestimmt noch eine Ecke geiler aus. Das ist ja alles hier noch voll das Beta-Ding. So. Spannendes Let's Play übrigens. Wir fahren schön durch die Gegend. Aber ist ja nicht schlimm, ne? Mal eine coole Mucke hier anmachen. Was ist übrigens euer Lieblingsradiosender, wenn ihr GTA 4 spielt? Könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare hauen. So. Da sind wir jetzt auch schon da. Oder auch nicht. Ich dachte, es ist schon hier. Ach, es ist da vorne, meine ich, oder? Gucken wir mal ganz kurz. Ja, ich bin ja schon fast da. Oh, das war echt jetzt. Kommen wir nicht durch den... Scheiße. Gut, dass wir einen Jeep haben. Der kann einfach überall drauf. Oh, nein, jetzt habe ich die Karre hier. Gut, die alten GTA-Skills hier anwenden. So. Oh, was steht denn hier für eine Wagen? Für eine Wagen. Für ein Auto. Ja, nicht so geil. Vorne sind die coolen Busse, die ich mir runtergeladen habe. Die kann ich mal ganz kurz zeigen. Ja, der ist natürlich in einen Bus reingefahren. In einen gelben. So. Du hast dein Ziel erreicht. Passen wir da durch? Da passen wir durch. Wenn nicht, auch nicht. Ach so, ich bin zu weit gefahren. Wo ist er denn jetzt? Ups. Ich bin zu weit gefahren. BAM! Piep trägt das Ohr. So. Aber man, ich will hier einen Hubschrauber. Sonst gibt es einen mit dem Raketenwerfer. Oh ne, wir fliegen jetzt mit! Cool! Ich bin Vicky. Ich bin dein Pilot. Don't worry about the name. There is no joke, I haven't heard. Dann sehen wir uns mal Liberty City an, Freunde! Er fliegt aber gut, der Mann. Der Vicky. Ob der Vicky Leaks kennt? Wird aber anders geschrieben. Oh man, ist das hoch. Ich denke, ich habe niemanden zu sehen. Irgendwann, man möchten sie dir nichts erzählen. Mal gucken mal hier unten. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Es macht Spaß sich die Stadt mal hier anzusehen. First up, the Daily Globe Building. Home to all the LC News, the murderers, the robberies, and the immigrants taking our jobs. Uh-huh.